Mein Vater hat früher immer zu mir eine Sache gesagt, Junge, es ist vollkommen egal, was du im Leben lernst, aber das, was du lernst, lern richtig. Und das begleitet mich bis heute. Thema Motivation, Leadership, Führung. Wenn ich doch nicht weiß, wo mein Unternehmen, und ich rede jetzt nur vom Unternehmen, nicht mal die Abteilung, weil das nochmal eine Stufe drüber ist. Mitarbeiter-Onboarding. Wie onboarde ich die? Arbeite ich beispielsweise mit Video? Wie ist die Candidate-Experience? Und da ist die erste Hürde. Sind es meine Werte oder versuche ich aktuelle Anforderungen? Grenzen aufzugreifen? Ja. Herzlich willkommen zu High Performance Society, der Podcast über Marketing, Innovation und Success-Stories. Mit mir, Video-Creator und Host Lars Wagner. Und diesmal mit einer Special-Folge. Denn ich war tatsächlich vor wenigen Wochen eingeladen als Gast im Radio. Um genauer zu sein, bei Radio Hanau. Es ging um meinen Auftritt als Speaker bei der Fuck-Up-Night und darüber hinaus, warum ich ein Bachelor und zwei Master gemacht habe. Warum du egoistisch sein solltest und warum Veränderungen gut sind. Tatsächlich haben wir uns auch philosophischeren Fragen über das Leben gewidmet. Über die Weltreise, die ich letztes Jahr gemacht habe. Was Sport mit HR, Leistung, Teambuilding und Performance zu tun hat. Und tatsächlich spreche ich auch das erste Mal über mein großes Geheimnis. Das alles in der heutigen Podcast-Folge. Nur diesmal mit mir als Gast. Schon irgendwie komisch, als Gast in seinem eigenen Podcast zu sein. Naja, wie auch immer. Viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Mein Gott, zweite Sendung. Sonja Schütz hier im Studio von Radio Hanau. Heute Abend, ich kann das Datum gar nicht sagen, weil wir werden ja aufgenommen. Man hört dich noch nicht, Lars. Und genauso chaotisch werden wir weitermachen. Mein Name ist Sonja Schütz. Ich bin die Moderatorin der Sendung After the Fuck-Up-Night Hanau. Und werde euch heute durch die Sendung bringen. Ich habe wieder einen wundervollen Gast dabei, der mich heute Morgen schon teilweise etwas wahnsinnig gemacht hat. Aber alles wie immer. Ihr werdet ihn gleich hören. Und ja, worum geht's? Die Fuck-Up-Nights Hanau sind in Hanau prädestiniert dafür, das Scheitern zu feiern. Und ich supporte das, habe dieses gegründet und versuche das weiter am Leben zu erhalten. Und alle meine Gäste, alle meine, ja, sage ich mal, Mitredner unterstützen mich dabei, haben den Spirit gesehen und unterstützen mich jetzt auch hierbei. Und zwar werden wir darüber sprechen, tolle Musik hören und euch ein bisschen vielleicht auf die nächste Sendung vorbereiten. Aber wer ist heute unser Gast? Unser Gast ist Lars Wagner. Lars Wagner ist, ich sag mal so, bei der ersten Sendung dabei gewesen. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir reden jetzt mal mit ihm und ich mache ihn mal auf laut. Also das heißt, jetzt, ne, gleich Lars, alles klar. Herzlich willkommen bei Radio Hanau After the Fuck-Up-Nights. Hallo Sonja, freut mich hier zu sein. Du bist es eigentlich gar nicht gewohnt, dass ich dich jetzt ausfrage. Ist mir heute Morgen so eingefallen. Richtig, normalerweise sitze ich in deinem Stuhl, weil ich vor kurzem auch selbst einen Podcast gestartet habe. Das Equipment kenne ich, es ist alles ähnlich, aber tatsächlich sitzt du gefühlt auf einer falschen Seite gerade. Auf der falschen Seite. Vielleicht einfach auf einer anderen Seite. Und vielleicht hilft dir das sogar bei der nächsten Podcast-Sendung. Das Einzige, was mir nur gerade klar wird, tatsächlich, wo wir gerade anfangen zu sprechen, auch, dass wir gar nicht gesehen werden. Weil den Podcast, den ich mache, da ist er mit Video, mit Bild. Das heißt, ich kann mich jetzt eigentlich hier hinsetzen oder mich auch hinstellen. Das würde keiner merken. Also, erstmal nicht. Das ist, finde ich auch ganz attraktiv. Aber du hast schon mitbekommen, dass ich uns aufnehme. Und ich glaube, du machst es auch. Ja, also mit dem Handy. Ja. Du Handy, ich Handy. Überall sind hier Kabel. Und ja, also wir nehmen das hier alles auf. Ich glaube, das darf kein Geheimnis sein, weil ich noch in den Anfängen bin. In den Anfängen mit der Technik, in den Anfängen mit der Lautstärke, mit allem. Aber ich werde extrem von Radio Ahana und von Stefan, der neben mir sitzt, noch unterstützt und supportet. Und ich danke dafür unendlich. Ja, Lars, ich würde mal sagen, versuch dich mal vorzustellen und alles, was dir zu dir einfällt, in, ich traue mich zu sagen, zwei Minuten zu packen, weil das ist lang. Zwei Minuten? Ja, guckst du jetzt auf die Uhr? Ja, tatsächlich sehe ich gerade, wir sind bei 3.20 Uhr und ich versuche, bei 5.20 Uhr aufzuhören zu reden. Lars Wagner, wer bist du? Ich bin Filmemacher. Komme aus Büdingen. Das ist, glaube ich, vielleicht sogar einigen bekannt, sage ich mal, jetzt hier aus dem näheren Umkreis auch. Dort aufgewachsen und war schon immer jemand, der in die große, weite Welt hinausgezogen hat. Ich habe es tatsächlich bis nach Frankfurt geschafft. Und letztes Jahr, nachdem ich quasi in Frankfurt meine Wohnung gekündigt habe, war ich ein Jahr auf Weltreise. Und jetzt bin ich in der Welthauptstadt, Weltmetropole Hanau angekommen. Ich muss sagen, es ist das schönere Frankfurt. Tatsächlich, weil wir hatten in Ortsteil Fechenheim gewohnt. Long story short, ich bin im Fitnessstudio aufgewachsen, ich habe Sport studiert, Leistungssport, habe danach in der Personalberatung angefangen, ich hatte einen Headhunter kontaktiert und wusste zum Zeitpunkt überhaupt nicht, was mit meinem Leben anzufangen ist. Ich glaube, das kennen viele von uns. Dann in der Personalberatung irgendwann eine Kamera gekauft, Kamera in die Hand genommen, angefangen YouTube-Videos zu drehen, habe auch einen eigenen YouTube-Kanal. Jetzt vor kurzem auch mit, wie gesagt, mit einem Videopodcast gestartet und mache Content, bin Content-Creator, Filmemacher, vermehrt im Bereich Employer-Branding, Recruiting, Marketing. Genau. Ich habe geschluckt und deswegen habe ich den Regler kurz runtergemacht. Es waren auch, du warst schneller. Ja, ich habe es gesehen, 1,40. Hast du wirklich jetzt versucht, das in so kurzer Zeit zusammenzupacken? Na, tatsächlich nicht. Also, wer mich ein bisschen besser kennt, weiß, dass ich tatsächlich sehr viele Nebensätze habe und sehr weit ausholen und nicht auf den Punkt komme. Tatsächlich hatten wir aber auch gestern einen Gast bei uns im Podcast, Voice Consultant, die mich darauf hingebracht hat, wenn du quasi sprichst und auch gerade einen Podcast aufnimmst, auch mal einfach dann zum Punkt zu kommen. Und das ist quasi so heute für mich so die erste Übung tatsächlich da, ja, mich kürzer zu fassen. Sehr schön. Aber dann würde ich sagen, gehöre ich schon zu der Kategorie, die dich besser kennt. Definitiv, ja. Also nach der Fuck-Up-Mite auf jeden Fall. Das ist ein super Übergang. Wie sind wir zusammengekommen? Ich habe dich tatsächlich über deinen YouTube-Kanal entdeckt. LinkedIn, oder? Ja, das war aber vorab. Hattest du dich bei YouTube entdeckt und habe gesehen, dass du so ein bisschen dieses eine Jahr aufgenommen hast, in dem ihr unterwegs wart. Und auch, ich sage mal, die Hochs und Tiefs, die Highlights und Lowlights so ein bisschen verfolgt. Und bei Lowlights ist es dann bei mir immer so, uh, interessant. Vielleicht könnte man mal mit ihm sprechen. Und dann habe ich dich über LinkedIn. Und man muss schon dazu sagen, dass ich immer wieder feststelle, wenn ich ein Profil sehe, das passiert immer noch. Also wir bewerten ja alle. Und dann sehe ich so krass viele Follower. Ich glaube, du hast viele Follower bei LinkedIn. Ich glaube, es sind mittlerweile knapp 6000. So, und dann dachte ich mir so, okay, alles klar, den schreibst du mal an, der antwortet bestimmt nicht. Ja, aber das passiert dann in dem Moment vielleicht auch so. Und du hast sofort geschrieben. Hast auch geschrieben, lass uns treffen, ich supporte. Ich glaube, du hast noch nicht mal genau gefragt, was ich mache. Nö. Sehr schön. Und dann haben wir uns getroffen. Nee, wir haben vorher einen Videocall gemacht. Und ich habe dir ein bisschen erklärt, was die Fuck-Up-Nights sind. Und das würde ich gerade noch mal zusammenfassen, damit der ein oder andere weiß, was ich überhaupt damit meine. Es ist ein Format, ich hoffe, du kannst es bestätigen. Es ist ein Format, bei dem wir uns auf das vermeintlich Scheiternde konzentrieren, was die Gesellschaft eventuell als Scheitern sieht, was man eventuell selber als Scheitern empfunden hat. Es muss nicht immer ein Business sein, was gescheitert ist. Das können auch Lebenserwartungen, Leistungserwartungen oder berufliche Werdegänge sein. Und meine Redner haben zehn Minuten Zeit, davon zu erzählen und werden danach zehn Minuten lang gefragt, wie sie sich dabei gefühlt haben oder ähnliches. Und zwar nicht von mir, sondern vom Publikum. Das Ganze wird nicht wie eine Nachmittagssendung in einem privaten Fernsehsender aufgebaut. Also es geht nicht um Voyeurismus, sondern es geht um Authentizität. Es geht um Emotionen. Es geht um wirkliches Leben. Und ich hoffe dann immer, dass meine Redner sich da nicht vorbereiten müssen, weil sie eigentlich das Ganze miterlebt haben. Da muss man nichts auswendig lernen. Und du hast dich angesprochen gefühlt. Die Frage ist, warum hast du dich angesprochen gefühlt? Zum einen, bevor ich meinen Gedanken vergesse, wie wir gesprochen hatten im Vorfeld, hatte ich mir erst mal die Frage gestellt. Oder andersrum. Du hast gefragt, wieso habe ich mich angesprochen gefühlt? Wenn ich so zurückblicke auf mein Leben, dann gab es einige Fuck-Ups. Und ich hatte die Problematik, die sich mir gestellt hatte, um die Frage beantworten zu können im Vorfeld, von welchem Fuck-Up, verdammt nochmal, erzähle ich überhaupt? Weil ich wusste gar nicht, was du von mir wolltest. Und auch da wieder habe ich tatsächlich mir die Frage gestellt, jetzt komme ich zum zweiten Punkt, dass ich mir schon gedacht habe, okay, welche Story kann ich denn erzählen? Und ist erzählenswert? Und wie erzähle ich sie, damit sie spannend, interessant und super rüberkommt? Und du hast gemeint, hey, Moment mal. Du bist gerade dabei, eine Fuck-Up-Story zu erzählen oder zu planen. Und du willst, dass die perfekt wird. Ja. Und du hast vollkommen recht, wenn du LinkedIn-Profile dir anschaust oder generell Leute im Internet siehst, du siehst immer nur die super shiny Glitzerwelt auf Social Media. Das ist einfach so. Hin und wieder werden auch mal negative Erfahrungen geteilt und Learnings daraus gezogen. Aber tatsächlich ist es so, und deswegen fand ich es so cool mit dem Format und mit der Idee, wie du auf mich zugekommen bist auf LinkedIn, weil sowas viel zu selten heutzutage immer noch gemacht wird. Es ist immer noch so, dass wir wirklich immer nur von den positiven Sachen berichten. Und ja, ich habe einige Fuck-Ups zu erzählen und am Ende des Tages haben wir uns dann zusammengesetzt und du hast gemeint, hey, was hältst du denn davon, wenn du darüber sprichst und gemeint, klar, kann ich machen. Und ich glaube, wir hatten dann noch drei Monate Zeit sogar oder so, ne? Wir hatten auf jeden Fall ein bisschen Vorlauf. Also ich meine, zwei Monate auf jeden Fall. Zwei, zweieinhalb Monate kommt hin, ja. Und dann kam aber dieser Tag immer näher, immer näher, immer näher, weil, also wie gesagt, wir hatten das schon, ich kenne dich ganz gut, du hast dich relativ spät mit dem Thema auseinandergesetzt. Ja, am Abend zuvor. Ja. Also wie früher in der Schule. Wenn die Klausur um acht war, dann um elf Uhr abends, oh Gott, in neun Stunden ist ja Klausur. Ja, okay, super. Wie der Abend abgelaufen ist, ob es am Schluss so war, wie du dachtest, was vielleicht anders war, welche Eindrücke auf dich zugekommen sind, wie es dir heute damit geht, das werden wir in dem Rest unserer Sendung eindringlichst besprechen, wenn du Lust hast. Und bis dahin würde ich sagen, vielen Dank für Musik, die du mir geschickt hast. Sehr gerne. Und wenn du magst, würden wir die ersten zwei Lieder einfach mal, ich muss da mal drüber schauen, loslegen und abspielen. Bist du damit einverstanden? Ja klar, let's go. Und dann hören wir uns gleich wieder. After the Fuck-Up Night mit Sonja Schütz. Ich habe mehrere Knöpfe hintereinander jetzt gedrückt. Ich bin stolz auf dich. Ich erst. Und guck mal, siehst du das? Ja. Also das seht ihr jetzt nicht, meine lieben Zuhörer, aber meine Finger zittern. Okay. Lars, herzlich willkommen bei Radio Hanau und After the Fuck-Up Nights. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr hier zu sein. Ich freue mich auch, dass du hier bist. Hat ja einen Moment gedauert. Ja, ich weiß. mich gleich mal zu dissen. Aber gut, nein. Ich war nicht zu spät. Nein. Ich war zur falschen Zeit am falschen Ort. Genau. Für alle weiteren Kunden, die du jemals haben wirst, er war nicht zu spät. Es war die falsche Location. Genau. Nein, alles wirklich gut und ich finde, das gehört auch dazu und das ist ja auch der Punkt, über den ich immer gerne rede, dass wir über das reden, was nicht so gut funktioniert. Ich bin ja der Meinung, das hat nichts mit gut oder schlecht zu tun, sondern es gehört einfach dazu, aber unsere Gesellschaft, ohne das zu verpauschalisieren, hat sich angewöhnt, über die schönen Sachen zu sprechen. Richtig. Über die glänzenden Sachen zu sprechen und verlernt vielleicht über das zu sprechen, was dazu geführt hat, dass ich diese glänzenden Sachen jetzt habe, weil ich der Meinung bin, wie kann man es denn sagen, ja, also, wenn du es beim Sport siehst, wie oft wird geschossen und wie viele Tore kommen dabei rum. Ja, vor allem, du siehst doch eigentlich auch da immer nur, weiß ich nicht, die Top Ten Compilation von den tollsten, coolsten Freistößen oder auch Elfmetern. Aber die komplett daneben gingen, die werden gar nicht gezeigt. Ach, das gibt es jetzt, glaube ich, auch schon langsam, aber dann wird auch das so dargestellt, umso krasser der Fail, umso interessanter. Also es ist so ein bisschen extrem auf allen Seiten. Und kommen wir zurück zu den Fuck Up Nights und kommen wir zurück zu deiner Geschichte. Du bist auf meiner Veranstaltung der dritte Part gewesen? Nein, der zweite. Wenn drei Leute da waren, warst du das Mittelfeld. Genau. Und klar, wir haben vorher viel gesprochen und du konntest die anderen Teilnehmer erst an dem Abend kennenlernen. Wie war eure Verbindung? Wie würdest du einem Außenstehenden das Gefühl beschreiben, was du bei dem ersten Kontakt mit deinen Mitrednern hattest? Ich habe es zum ersten Mal gesehen, wusste aber natürlich im Vorfeld schon, ach, guck mal, da ist ja noch jemand mit einer Fuck Up Story, was uns gleich schon irgendwie verbunden hat. Also wir hatten ein direktes Gefühl. Also ich weiß auch noch, die Dana, die dabei war, hat mich gefragt, hi, du bist der Lars, und was ist so deine Fuck Up Story? Also du hattest direkt einen Gesprächsanstieg gefunden, was schon mal sehr sympathisch war und tatsächlich auch zu Dana in dem Falle eine Story, die auch meiner sehr ähnlich war. Deswegen habe ich auch da mich mit ihr zumindest sehr stark verbunden gefühlt gehabt und in vielen Situationen sehr oft auch selbst wiedererkannt. Und jetzt wart ihr ja zu dritt. Klar, der Abend war ein bisschen durchstrukturiert. Jedenfalls habe ich mir jegliche Mühe gegeben, dass es so ist. Und jetzt kam es zu dem Moment, wo du starten solltest, deine Präsi. Und der Fakt ist ja, du hast nur zehn Minuten Zeit. Was oder war das eine Herausforderung für dich oder stelle ich mir das vor, für den Lars kein Thema? Zehn Minuten? Das war genau das Problem. Das war genau das Problem, was ich hatte, wie du direkt zu mir meintest, von wegen hier, feel free in der Erzählung deiner Story. Du kannst eigentlich im Endeffekt machen, was du willst, aber du hast zehn Minuten. Und ich dachte mir in dem Moment so, hm, da ich halt jemand bin mit vielen Nebensätzen und der immer sehr lange und sehr viel sehr weit ausholt, werden zehn Minuten wahrscheinlich vielleicht gerade so fürs Intro reichen. Das war schon mal das erste Problem, was ich hatte. Grundsätzlich jetzt hier aber vielleicht dazu sagen, weil du gerade meintest, inwieweit war das ein Problem für dich, eine Herausforderung, dass ich selbst tatsächlich früher jemand war in der Schule auch, der super ungern vor Leuten stand. Es hat sich tatsächlich mittlerweile komplett geändert. Ich meine, ich bin sehr outgoing, ich poste auf LinkedIn. Es ist für mich nicht peinlich, wenn ich mir verspreche, weil ich mittlerweile einfach mir sage, auch das gehört einfach dazu. Ich glaube tatsächlich auch, dass ich da in meiner Vergangenheit extrem viel auch durch den Sport, die Tatsache, dass ich halt auch im Sportbereich studiert habe und sehr oft auch ins Fitnessstudio gehe, ein sehr starkes Selbstbewusstsein auch mir antrainiert habe. Deswegen war das jetzt in dem Moment für mich jetzt kein großes Problem, irgendwie mich da vorne hinzustellen und irgendwas zu erzählen. Aber natürlich im Vorfeld fragst du dich immer, okay, und du musst dich ja auch, wenn du einen Vortrag hältst, dich damit befassen, wer ist denn überhaupt jetzt im Publikum drin? Was sind das für Leute? Sind das vielleicht irgendwie jetzt viele aus dem Umfeld, die du vielleicht sogar selbst kennst? Freunde, Familie, Bekannte. Die Dana beispielsweise war ja aus Köln da. Genau das wollte sie ja nicht. Sie wollte ja wirklich, dass keiner da ist, den sie kennt, damit sie möglichst frei da ihre Fuck-up-Story teilen kann. Bei mir war das tatsächlich ähnlich. Nicht, dass ich jetzt nicht, das nicht unbedingt wollte, dass da jetzt jemand drinnen sitzt. Tatsächlich aber aus einem einfachen Grund, weil, ja, es glaube ich auch einfach nochmal so vielleicht ein bisschen die Story von der Erzählweise in eine andere Richtung lenkt, wie wenn da jemand drinnen sitzt, der dich kennt oder wenn wirklich ein komplett fremdes Publikum vor dir steht. Das verstehe ich, verstehe ich. Du hattest dich ja, also ich glaube in der Woche davor habe ich euch ja alles noch, alle nochmal angeschrieben. Ich brauche ja dann auch, ich brauche ja dann auch die Folien von euch, um dann auch mal ein bisschen hier den Zuhörenden zu erklären, was ich dann noch so drum herum mache, weil das Team von dem Fuck-up-Night besteht in erster Linie aus mir. Das heißt, auch wenn dann am Schluss was zusammengeschnitten wird, die Folien werden vorbereitet. Ich versuche ja eine komplette Präsentation da draus zu machen und dafür brauchte ich eure Folien. Ich fand es toll, du hast mir deine Folien auch recht früh geschickt, also zwei Tage vorher ist ja jetzt, wenn wir das hören, schon ein Highlight. Es waren ungefähr 20 Folien. Ja, ich glaube 20, 22 Folien, ja kommt hin. Falls es jemand jetzt irgendwie nicht so krass findet, das ist viel zu viel. Das ist, wenn ich mir einen Vortrag von 10 Minuten und 20 Folien, dachte ich mir schon, da bist du ja schon, also wie schnell möchtest du denn reden, habe ich mir dann gedacht. Und dann glaube ich, habe ich dich angeschrieben und dann war bei dir so, ach du Scheiße. Ich muss dazu sagen, ich bin absolut kein PowerPoint-Profi. Es gab eine Zeit, ein halbes Jahr, wo ich selbst in der Sport-Marketing-Agentur angestellt war und tatsächlich bestand dieses halbe Jahr darin, eigentlich nur mit PowerPoint zu arbeiten und ich habe es gehasst. Ich habe es sowas von gehasst und konnte tatsächlich in der Zeit nicht wirklich viel mitnehmen, außer der Tatsache, dass ich halt PowerPoint überhaupt nicht leiden kann und habe mich halt tatsächlich mit vielen Tricks, sage ich mal, durchgemogelt. Zum einen nämlich, dass du bei der einen Folie, wenn es dann auf die zweite Folie geht, du zum Beispiel die Schriftfarbe änderst oder Sachen highlighten kannst. Also sprich, was du quasi animierst mit klassischen Funktionen, die an PowerPoint üblich sind und auch möglich sind, habe ich quasi einfach eine zweite, dritte Folie, die genau gleich aussah, nur die Schriftfarbe geändert und dann sah es aus, als wäre es eine Animation, aber es war einfach nur eine zweite oder eine dritte Folie. Und als du zu mir meintest, von wegen, du musst die Folien kürzen und nicht nur kürzen, sondern du musst die halbieren, wusste ich überhaupt nicht, wie und wo und was ich kürze und vor allem hatte ich noch ungefähr zwei Stunden Zeit, weil das war, glaube ich, an dem Vorabend, wo du mir geschrieben hast, zwei Tage davor, neben dem ganz normalen täglichen Wahnsinn du hast, genau. Und ich weiß nicht wie, ich habe es dann irgendwie geschafft, weil ich dann irgendwann mir dachte, von wegen, fuck ab, kürz einfach und streich einfach die Folien raus, ist egal, das erzählst du einfach. Ja, also es war nicht so, war nicht so einfach, aber ich glaube auch da wieder, in der Kürze liegt die Würze und das fällt uns super, super schwierig, auch gerade im beruflichen Kontext, in jeglichen Situationen, uns kurz zu fassen und auf den Punkt zu kommen. Genau, das ist auch das, was ich jetzt damit verbinden wollte. Die Folien waren gefühlt, eine visuelle Darstellung deines Themas, auf den Punkt zu kommen. Das ist für dich, glaube ich, manchmal eine Schwierigkeit. Ja. Vielleicht auch aus dem Grund, dass du nicht möchtest, dass was vergessen wird, zu sagen oder dir viele Dinge einfach auch wichtig sind oder auch, dass jemand dich versteht. Und ich wertschätze das eigentlich gesagt auch sehr, dass du da so chaotisch bist. Wie du. Zwei Tage vorher haben wir miteinander gesprochen und dann sagtest du, ey, ich habe auch noch so ein Stativ und ey, ich habe auch noch so eine Fernbedienung und dann habe ich gesagt, ich brauche noch das und ich brauche noch das und dann kam ein Satz von dir, den fand ich sehr schön. Soll ich noch irgendetwas von meinem Equipment für deine Veranstaltung mitbringen? Und das fand ich, ja, sehr gerne. Ja, also das ist für mich Support gewesen, ohne vorher drüber zu sprechen, ohne danach zu fragen, was kriege ich zurück. Das ist für mich selbstverständlich, Sonja. Also sorry, wenn ich jetzt unterbrochen habe, aber das ist für mich wirklich selbstverständlich. Kein Problem. Ich glaube, das ist der Punkt, weswegen wir beide nicht so viel Geld verdienen aktuell. Aber es ist tatsächlich der größte Punkt, ist wirklich auch da, in dem Fall, wo du mir über LinkedIn geschrieben hast, dass du mich kontaktiert hast, wo ich gesagt habe, hey, natürlich helfe ich und supporte ich, wo ich kann, weil es liegt vielleicht auch ein bisschen in meiner Natur, vielleicht aber auch meinem Elternteil, den ich quasi in dem Haushalt, wo ich aufgewachsen bin, wirklich immer nur zu helfen, wo es nur geht irgendwie und auch gar nicht irgendwie da eigennützig zu denken, okay, was kommt da für mich bei rum. Also für mich war das in dem Fall, wo du da irgendwie noch, oder wo ich dann die Idee hatte, auch mit diesem Pointer, dass du da nicht irgendwie an der Tastatur da rumklicken musst, ey, ich hab sowas. Es schmerzt mich doch jetzt nicht, wenn ich das mitbringe und da zwei Stunden zur Verfügung stelle. Bei mir liegt es doch eh noch im Schrank rum. Du könntest das wahrscheinlich jetzt auch gar nicht abstellen, dieses ... Nö. Nö. Das ist ein Teil von dir. Ja. Jetzt haben wir den Abend da zusammen verbracht. Für mich war das auch, ähm, sehr, sehr aufregend, weil ich vorher gar nicht einschätzen konnte, wie es stattfindet. Ich hab mir allerdings, so wie du das auch machst, diese Gedanken von, gefällt es jemandem? Wie sollte es präsentiert werden, dass es jemandem gefällt? Muss ich sagen, ist bis heute so, dass ich diesen Gedankengang sofort unterbreche. Also, ich sag mal so, mehrere Stimmen in mir, jeder hat sein eigenes Team in sich und das ist auch völlig in Ordnung, im systemischen Arbeiten, um mal meine Business-Seite ein bisschen rauszubringen, geht es ja auch immer darum, was haben die einzelnen Faktoren in dir zu sagen? Wer hat aktuell viel zu sagen? Also, der ängstliche Typ oder, oder, oder der mutige. Und, da rede ich mit mir in verschiedenen, ja, ist mir auch wurscht. Also, wir unterhalten uns. Ich, ne? und dann sagt irgendeiner, oh mein Gott, was ist, wenn das jemandem nicht gefällt? Und dann kommt der andere und sagt, jetzt halt doch mal's Maul. Wir machen das jetzt einfach. Und es geht ja darum, dass du ausführst, worauf du Lust hast. Und entweder der Spirit oder Purpose kommt rüber oder es funktioniert nicht. Aber dann hast du es gemacht. Ja. Weil dieses Nichtmachen kommt für mich jetzt aktuell nicht mehr in Frage. Und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, den ich vorher, deshalb haben die Zuschauer, Zuhörer nicht mitbekommen. Du hattest das Thema Egoismus auf den Tisch gebracht. Und ich finde es ganz interessant, einmal, wie das Wort betitelt ist oder beziehungsweise bewertet wird und wie du es aktuell bewertest oder welche Gedanken dich dazu bringen und wie viel Gewicht wir dann darauf geben, ob jemand anders sagt, oh krass, du hast dich so verändert. Das passiert oft. Und ob das was mit dir macht. Also wie bist du, wie gehst du aktuell mit dem Thema um? Warum hast du heute gesagt, ich überlege, egoistischer zu sein? Es gibt eine ganz coole Story, die ich erzählen kann. Und zwar, in einem ganz konkreten Fall sogar, ich war im Bachelorstudium, Privatstudium, also Privatuni gewesen, die aber vom Arbeitgeber bezuschusst worden ist, ein duales Studium, Bachelor in Gesundheitsmanagement und für mich war klein, mein Vater hat früher immer zu mir eine Sache gesagt, Junge, es ist vollkommen egal, was du im Leben lernst. Wenn du bei der Müllabfuhr arbeitest, wenn du Bäcker wirst, wenn du Handwerker, es ist vollkommen egal, was du machst, aber das, was du lernst, lern richtig. Und das begleitet mich bis heute. Und für mich stand aus diesem Grund, für mich damals schon fest, wenn ich einen Bachelor mache, mache ich einen Master. Wenn ich einen Master mache, will ich promovieren. Da kommen wir auch übrigens dann zur Fuck-Up-Story gleich. Aber tatsächlich, die Story, die ich erzählen will eigentlich, war nämlich in dem Moment, dass ich einen Bachelor studiert hatte, hatte angedacht, einen Master zu machen. Und da ich aber, wenn ich was mache, richtig machen will, oder mir es zumindest auch so beigebracht worden ist, zu promovieren. Also ich hatte dieses Vorhaben, zu promovieren. Und für mich war klar, an der Privatuni, du hast da keinen Kontakt zu richtigen Professoren. Ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber die Dozenten an der Privatuni kommen sehr oft aus der Wirtschaft. Das heißt, die haben mit der universitären Lehre wenig am Hut. Und ich habe natürlich mich in dem Moment umgeschaut, okay, wo kann ich einen Master machen an einer staatlichen, anerkannten Universität? Wo kann ich vielleicht Kontakt zu Professoren herbekommen? Wie auch immer. So. Long story short, ich habe mich in Köln beworben, einer deutschen Sporthochschule in Köln. Das ist, glaube ich, mit die bekanntesten in Deutschland und wurde nicht genommen. Fuck up. Das Jahr drauf habe ich mir gedacht, fuck it, ich probiere es nochmal. War dann aber so klug, mich nicht nur in Köln zu bewerben, sondern habe mich an allen Sportunis in ganz Deutschland beworben. Das sind aber nicht so viele, oder? Ja, na, nee, tatsächlich nicht. Also zumindest alle Unis, die einen sportwissenschaftlichen Master anbieten. Und, ähm, auch ein blindes Huhn findet ein Korn, so nach dem Motto. Also das ist einfach, bewirb dich einfach auf allen Unigängen, du wirst irgendwo genommen und hast dann vielleicht dein Glück. Und jedenfalls komme ich jetzt zu dem Punkt, ähm, ich wurde genommen in Saarbrücken und an einer zweiten Uni. Ich weiß nicht mehr an welcher. Saarbrücken war aber die einzige, die mit am nächsten war. Und meine damalige Freundin meinte zu mir, vergiss es, du ziehst nicht nach Saarbrücken, du studierst nicht. Du hast eine Beziehung, du bleibst hier. Und das war schon eine Situation in dem Moment, wo ich mir dachte, weißt du, was ich meine? Es war superschwierig für mich, da auch schon eine Entscheidung zu treffen. Gehe ich jetzt und studiere und arbeite in diesem Traum, in diesem Ziel, was ich eigentlich vorhabe und gehe nach Saarbrücken und mache meinen Master in der Hoffnung, dass ich Kontakt zu Professoren und promoviere und so weiter und so fort. Oder höre ich quasi auf jemand anderen in meinem Leben, der mir eigentlich auch nichts Schlechtes will, um Gottes Willen, ja, aber mich in dem Vorhaben nicht wirklich supportet. Und dann kam auch noch ihre Eltern so ein bisschen ins Spiel. Die versucht dann natürlich so ein bisschen die Wogen zu glätten, das Objektiv betrachtet haben. Und ich habe mir aber zu dem Zeitpunkt, zum Glück, muss ich sagen, bis heute, weil sonst würde ich jetzt hier nicht sitzen wahrscheinlich, gesagt, nein, ich gehe nach Saarbrücken. Und tatsächlich war es dann so, du brauchst nicht weiter ausführen, aber ich bin dann wirklich zwei, drei Nächte da unten geschlafen und bin jedes Wochenende hochgefahren. Es sind zwei Stunden, aber die Strecke nach Saarbrücken ist nicht die schönste. Ja, und wie gesagt, das war auch schon so eine Story, die mir jetzt so einfällt. Ja, manchmal auch einfach im Leben egoistisch zu sein und halt wirklich die Sachen zu machen, die mich glücklich machen. Es ist ja auch so, dass gerade wenn es um deine Freundin jetzt ging, sie hatte ja Bedürfnisse. Ja, ich wollte, ich hatte mich nicht getraut zu fragen. Nee, extra. Die hatte ja Bedürfnisse. Das hat sie ja nicht gesagt, um dich zu ärgern. Und da geht es dann darum, wie stark sind meine Bedürfnisse? Und was passiert, wenn ich meinen Bedürfnissen nicht nachgehe? Hat das vielleicht trotzdem auch später Auswirkungen auf unsere Beziehung? Weil du hättest ja da bleiben können. Hätte, hätte Fahrradkette. Aber wer weiß, wie es dann weitergegangen wäre. Keiner sagt nur, weil man anwesend ist, dass die Beziehung hält. Ja, also ich hätte sehr wahrscheinlich natürlich keinen Master gemacht. Also definitiv nicht. Und ich hätte auch nicht die Kontakte geknüpften Saarbrücken, die ich geknüpft habe. Und ich will es mir gar nicht ausmalen. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich würde wahrscheinlich, weiß ich nicht, wahrscheinlich immer noch in der Stadt leben, in der ich aufgewachsen bin, in Büdingen. Es ist ein schönes, kleines Städtchen. Aber wenn man mich auch ein bisschen näher kennt, weiß, dass ich halt wirklich jemand bin. Ich brauche gefühlt jeden Tag ein neues Abenteuer. Mich treibe es raus in die große, weite Welt. Und für mich war es schon ein Riesenschritt, überhaupt von Büdingen nach Frankfurt zu ziehen. Das war für mich schon so. Das kann ich aber nachvollziehen. Es ist für mich auch so, dass ich sogar... Also ich liebe es immer wieder, zurückzukommen nach mir. Also das Dorfleben, es ist total schön, es ist diese Ruhe. Aber trotzdem, das sind vielleicht zehn, zwanzig Prozent meines Lebens. Und wenn ich auch da immer noch, was anderes jetzt, aber anderer Punkt, aber wenn ich da auch nochmal an die Freunde von früher zurückdenke, die irgendwie, weiß ich nicht, gefühlt 20, 30, 40 Jahre im selben Dorfleben, denselben Beruf nachgehen, die sind super glücklich. Die haben eine Familie und ich freue mich wahnsinnig für die. Ich weiß aber nur, ich wäre niemals glücklich. Und jetzt gehen wir mal davon aus, oder man erkennt recht schnell, dass du authentisch auch nach deinen spontanen Gefühlen gehst. Das heißt, so wie wir zusammengekommen sind, sonst wären wir es vielleicht nicht, hast du gedacht, oh crap, hört sich irgendwie cool an, ich will auf jeden Fall mal Kontakt haben. Und beim nächsten Punkt, ja, hört sich cool an, mache ich. Hört sich cool an, mache ich. Hört sich cool an, mache ich. Entstehen daraus neue Herausforderungen, dass du sagst, am Schluss ist es so, dass du ein riesiges Tablett voller Auswahlmöglichkeiten hast und dich hast Schwierigkeiten zu spezifizieren. Möchtest du alles oder hast du das Gefühl, es geht auf eine Richtung zu, weil wenn ich jetzt, und ich bin, du kennst mich ja jetzt schon, ich entschuldige mich jetzt hier, ich beobachte dich, also so wie du es auch willst, jedenfalls im Social Media Bereich, das bist ja nicht 100% du, aber es ist das, was du zeigst. Und für mich ist es auf jeden Fall viel. Und damit bewerte ich das nicht negativ, sondern viele Ideen, viel Energie, weil du sprühst immer vor Energie, du weißt gar nicht wohin, damit ich bin froh, dass du zum Sport gehst. Sieg mal die Woche. Und ich denke dann, aber das ist mein Thema, nicht deins. Und das meine ich auch mit dem Thema Bewerten. Bewertungen entstehen dadurch, weil der, der bewertet, ein eigenes Thema hat. Mir fehlt die Luft zum Atmen, wenn ich dir zuschaue. Und das meine ich nicht negativ, sondern ich habe dann immer das Gefühl, oh Gott, ruht er sich auch hoffentlich mal aus? Diese Energie, die ist so hoch, dass ich dann denke, ich wünsche ihm einfach, dass du das auch am Ende des Tages so zu fühlst hast und glücklich bist mit der Energie, die du investiert hast. Sag mir mal was dazu. Das ist ein sehr guter Punkt. Also Leute, die mich kennen, ich bin jemand, der meistens sehr schnell redet, sehr schnell denkt, sehr explosiv ist, sehr viele Dinge gleichzeitig macht, aber auch zu Ende bringt, muss ich sagen. Also auch da zum Beispiel Studium, ich habe da jetzt nicht irgendwie einen Bachelor gemacht, einen Master. Ich habe dann ja während dem ersten Master noch einen zweiten Master gemacht an zwei verschiedenen Unis und habe auch beide beendet. Also ich habe auch beide abgeschlossen. Aber ja, ich weiß nicht, woher es kommt. Ich glaube tatsächlich so ein bisschen auch einfach, dass es dann so die Persönlichkeit war, die sie so aus Kindheit und Jugend irgendwie dann auch herauskristallisiert hat. Aber ich würde schon meinen wollen, dass es nicht so ist, dass man nicht gleichzeitig auf mehreren Hochzeiten tanzen kann. Also ich würde das Gegenteil behaupten, dass es durchaus möglich ist. Man muss aber natürlich schauen, okay, wie du schon sagtest, wo investierst du mehr Zeit rein, worauf legst du den Fokus und vor allem aber auch, was für ein Ziel verfolgst du damit? Ähnlich wie bei dir mit der Fuck-Up-Night. Also ich meine, wir haben ja auch schon abseits der Radioaufnahme auch schon gesprochen miteinander. Das ist jetzt auch ein Format, was du jetzt neu ins Leben gerufen hast, wo du mega Lust drauf hast, wo du mega Spaß mit hast, wo du Zeit investierst, wo man vielleicht im Vorfeld gar nicht denkt, dass es vielleicht so viel Aufwand und so viel Zeit ist, die dahinter steckt. Das ist bei mir im Podcast genauso ähnlich gerade aktuell. Aber du einfach halt total Spaß dran hast und das dich glücklich macht und mit Leuten in Kontakt kommst, genauso wie bei mir auch da wieder mit dem Podcast, weil du interessante Leute da sitzen hast. Herr Stefan, der auch dann jemals Leute beim Radio Hanau hat und sich darüber auch freut, wenn er coole neue Leute kennenlernt, interessante Storys hört und so, weil es auch einfach das eigene Sichtfeld nochmal erweitert. Und das ist, das ist, das glaube ich, was uns drei beispielsweise auch so stark verbindet und uns einfach so viel Spaß macht. Es ist auch, also das hat, also ich will jetzt nicht sagen Suchtverhalten, aber es ist schon so, dass ich das immer wieder spüren möchte. Also seitdem, und ich wusste aber vorher nicht, dass ich das spüren will. Also das ist auch nochmal, wenn Leute mit mir sprechen, die sagen, okay, du hast neue Selbstständigkeit, du willst dein Business gründen, ich bin HR-Beraterin, ich bin systemische Beraterin, du musst wissen, wer ist dein Kunde, du musst wissen, was bietest du an und ich sitze da und sage, ja von bis keine Ahnung. Also alles, was ich gerade spüre. und das ist, um jetzt einen Businessplan oder so zu erstellen, richtig schlecht. Vieles spüre ich, ich kann es aber nicht betiteln. Was ich allerdings gemerkt habe und deswegen unterstütze ich das, was du machst, dass ich sage, extrem viel ausprobieren und während des Probierens und des Durchhaltens, leider ist der Faktor Durchhalten sehr wichtig, merkt man auf einmal, was man wirklich anbieten möchte. und dann wird eine, um das mal von seiner eigenen Homepage zu nehmen, eine Homepage, die gefühlt vorher global für alles hätte stehen können, immer spezifischer, immer spezifischer, immer spezifischer, weil man rausfindet, das mache ich gerne und scheinbar auch noch gut. Weil zwischen gerne und gut ist immer nochmal so eine Sache, das ist mit dem Singen ja auch so. Eins der, ja da gebe ich dir vollkommen recht, eins der wichtigsten Dinge oder Sprüche, Gedanken, mit denen ich durchs Leben gehe, auch einfach machen und auch sich immer wieder in neuen Situationen quasi zu offenbaren. Weil du weißt nie, ob es, also auch ein anderes Beispiel vielleicht, Büding aufgewachsen, mich hat es immer in die große weite Welt getrieben und selbst heute nicht mal so extrem, nicht mal so schlimm, ja, ich widme mich manchmal so philosophischeren Fragen des Lebens und da auch so ein Beispiel, ich habe meinen Vater immer gefragt früher, du Papa, woher will ich denn wissen, wo ich mein restliches Leben verbringen möchte, wenn ich noch nie überall auf der Welt gewesen bin? Ich habe noch nie längere Zeit in Japan gelebt, ich habe noch nie im Sudan gelebt, ich war noch nie in Argentinien und viele geben sich mit dem zufrieden, was sie haben, die denken gar nicht über solche Fragen nach, aber ich bin tatsächlich jemand, der dann, der eine mag vielleicht meinen, der ist verrückt, was interessiert mich, diese Frage mich zu stellen, ich habe hier mein Dach, mein Haus, meine Familie, alles gut, ja, aber woher willst du nicht wissen, dass es vielleicht noch woanders noch schöner wäre und das geht auch ein bisschen so damit einher, mit dieser Gedanken, mit dieser Art und Weise, immer neue Sachen auszuprobieren, wenn Ideen aufpoppen, einfach zu machen, um vielleicht aber auch festzustellen, nach zwei, drei Monaten damit aufzuhören, weil es dir nicht so viel Spaß macht oder nicht die Freude bringt, die du dir erhofft hattest im Vorfeld, aber auch da wieder halt nicht zu früh aufzuhören, also zum Beispiel auch jetzt beim Podcast, ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich so viel Spaß macht und so viel Arbeit ist und so viel Arbeit ist, ja, weil wir ja auch dafür noch ein TikTok-Account und Instagram-Reels und keine Ahnung, was alles von Aufwand dahinter steckt, aber der Punkt ist der, auch Sachen auszuprobieren, aber auch dann für einen gewissen Zeitraum dran zu bleiben und nicht schon vielleicht nach dem zweiten, dritten Mal aufzugeben, weil auch da ähnlich mit dem Sport, es gibt, ich weiß nicht, ich bin im Fitnessstudio ja groß geworden, es gibt so viele Leute, die sagen, ich hasse Sport, dann frage ich die Leute immer, ja, hast du schon mal geangelt? Warst du schon mal golfen? Also hast du alle Sportarten, die es auf der Welt gibt, schon mal ausprobiert? Nö. Wo willst du denn dann wissen, dass es nicht eine Sportart vielleicht gibt, die dir Spaß macht? Und so ist es nicht nur mit dem Sport, so ist in allen Lebensstationen, egal was, privat, beruflich, Hobby, was auch immer, immer neue Sachen auszuprobieren und ich glaube, mich kann man als Typen sehr gut dafür beschreiben, dass ich immer sofort parat stehe, wenn es darum geht, egal was, neue Leute kennenzulernen, Sachen auszuprobieren, neue Wege zu gehen. Ich liebe Veränderungen. Und ich sag mal so, bei dir ist es so, du fühlst dich mit dieser vielen Veränderungen und dieser vielen Energie wohler, als wenn man dich an einen Tisch zwingt. Ja, definitiv. So, dann geht es mir ja auch gut damit. Ja, weil das ist genau, das ist das Schlimmste für mich, was es geben würde, wäre, wenn ich irgendwie 40 Jahre lang im selben Beruf tätig wären würde, im selben Haus leben würde, mit demselben Ablauf von morgens bis abends. Weil ich mir dann immer die Frage stelle, und das kann man auch alle Situationen im Leben abzielen, gibt es da nicht noch was anderes? Gibt es da nicht noch mehr? Es gibt auf jeden Fall Musik. Ja. Also ich spüre jetzt gerade Musik und ich habe dich ja schon ein bisschen vorgewarnt, dass ich Lieder in deine Playlist reingeschmuggelt habe. Ich würde sagen, die Zuhörer können selber entscheiden, welches Lied können dann sozusagen raten, welches Lied ist jetzt von ihr und welches von ihm. Ja, vielleicht merkt man es am Altersunterschied, aber ich glaube nicht. Und deswegen hören wir uns gleich wieder nach den nächsten zwei Songs in knapp sieben Minuten. Ich danke euch fürs Zuhören und bleibt dabei, wenn wir uns gleich wieder hören. Bis dann. After the fuck-up night. Genau. Das lassen wir auch schön drauf, Stefan, weil das ist jetzt genau das richtig geil. Bei einer fuck-up Sendung erst mal ein fuck-up gehabt. Also wir haben uns eben unterhalten, super gut, worüber wir jetzt sprechen wollen, haben ein bisschen Musik dabei gehört und zack war die Musik zu Ende und dann gefühlt vier Knöpfe auf einmal drücken und ich weiß nicht, also ich habe nicht zu viel gequatscht. Wollte ich nur kurz anmerken. Ich finde es super, dass wir den Übergang schaffen zu dem Thema, wer ist eigentlich schuld? Nein, aber der Übergang passt ja perfekt wirklich zum Thema Authentizität. Also das drinnen zu lassen. Das mache ich zum Beispiel bei den Podcasts ja auch. Stimmt. Dass ich nicht zu viel schneide und verändere, sondern es bleibt wirklich so, wie es ist. Gut, sehr schön. Ja, wir haben drüber gesprochen und zwar geht es bei uns ja auch im Alltag, um sehr viel Spaß. Wir hatten es jetzt davon, Energie einfach fließen zu lassen und die meiste Zeit damit zu verbringen. Wir versuchen aber auch Geld zu verdienen. Um vielleicht beides miteinander zu verbinden. So, das ist die Brücke. Ich bin HR-Beraterin, ich bin systemische Beraterin, ich bin sehr langer Führungskräfteberater gewesen bei einer großen Drogerie hier in Deutschland und bin so ja eigentlich erst überhaupt auf das Thema Fehlerkultur gekommen, weil die Fuck-up-Nights sind nicht nur ein vulgärer Begriff, sondern handeln ja auch tatsächlich von wichtigen Dingen und von dem Thema Fehlerkultur. Klar können wir das gesellschaftlich, aber wenn es auch darum geht, langfristig in Unternehmen eine Änderung herbeizuwünschen, sage ich, dass wir eine offene Fehlerkultur in Unternehmen haben. Und in meiner, in meinem Utopia, ja, da haben wir eine große Firma und dann stellt sich der Chef vorne hin und dann gibt es ein Team-Meeting und dann sitzen alle da und dann stellt er sich da vorne hin und sagt, ich präsentiere jetzt euch mein Fuck-up, das ist letztes halbes Jahr passiert, ich habe 40.000 in den Cent gesetzt, ich habe das und das daraus gelernt. Das ist meine Idee. Und die erzähle ich immer ganz oft und jetzt sage ich dir mal kurz die Reaktion, die darauf kommt, uh, denkst du, wir sind schon soweit? Und dann sage ich, nein. Aber das ist ja egal. Ich werde warten, bis wir soweit sind und ich werde jeden unterstützen, der dieses Thema unterstützen will und im Zusammenhang dessen bin ich ja auch mit dir zusammengekommen und es ging auch um das Thema, was, also ich bin mir sicher, dass du in deinem Berufsalltag immer wieder auf das Thema Authentizität, wie möchte ich mein Unternehmen präsentieren, suche ich Mitarbeitende, versuche ich, dass die bleiben und wie hängt alles miteinander zusammen? Jetzt habe ich dir was hingeschmissen, was fällt dir dazu ein? Ganz viel und ich bitte dich nur, eine Sache in Erinnerung zu halten, eine Story, die ich gerne erzählen wollen würde, aber an späterer Stelle, die passt jetzt nicht. Muss ich mir jetzt aufschreiben, was soll ich mir jetzt aufschreiben? Quasi einen Fehler, den ein Mitarbeiter gemacht hat im Unternehmen, der das Unternehmen dreieinhalb Millionen Euro gekostet hat. Und du darfst das jetzt hier erzählen? Ja, darf ich gerne erzählen, aber nicht jetzt, passt nicht ganz gerade so. Also vielleicht ganz kurz, genau, die Story erzähle ich gerne später, aber um jetzt diese Brücken zu schlagen, von denen du gerade gesprochen hattest. Ich habe Sport studiert, Leistungssport, warum erzähle ich das? Ich bin heute mittlerweile Filmemacher, mache Content für Unternehmen, aber tatsächlich aus dieser gesamten Vergangenheit, aus meiner Persönlichkeit heraus, hat sich das Ganze so ein bisschen auch dahingehend entwickelt. Weil wenn du im Sportbereich schaust, es gibt Einzelsport, es gibt Teamsport. Wenn du ein Team führst im Unternehmen oder auch im sportlichen Kontext, gibt es verdammt viele, teilweise schon gruselige Parallelen. Es gibt auch ein sehr cooles, ich weiß gar nicht, ob du die Möglichkeit hast, irgendwie Shownotes zu verlinken oder so einen Beitrag, so einen Artikel, aber es gibt einen sehr interessanten Beitrag von Jürgen Klinsmann, 2006 zu der WM, der quasi auch in das Team reingekommen ist, wo irgendwie alles im DFB, im DFB quasi alles oder vieles falsch gelaufen ist. Und er wurde quasi mehr oder weniger mit dem Scherbenhaufen zurückgelassen und dann gibt es diese Zeitungsartikel von früher noch, ich weiß nicht, ob du dich oder ein oder andere Zuhörer sich noch daran erinnert, wo er dann quasi in die USA ist und hat mit Vibrationsplatten mit den Leuten trainiert, also auch da einfach neue Sachen ausprobiert. Und jeder hat mit dem Kopf geschüttelt. Er war auch übrigens einer derjenigen, der, und da komme ich auch zu meinem Studium zurück, das erste Mal mit Sportpsychologen angefangen hat zu arbeiten, wo es auch viele mit dem Kopf geschüttelt haben, gemeint haben, hey, warum? Unsere Spieler sind doch gesund, die sind doch nicht krank, aber es geht gar nicht nur um Krankheiten zu verhindern, es geht auch um Gesundheit zu optimieren. Und du siehst, da sehe ich selbst tatsächlich extrem viele Parallelen aus dem Sport für Teamführung, nicht nur im Sport, sondern auch in der Wirtschaft, in Unternehmen. Und es geht natürlich auch da immer so ein bisschen darum, sich authentisch zu präsentieren, vorzustellen. Deswegen also, wir haben zum einen den Sport, wir haben diese Teamführung, Motivation, Leadership im Sport, aber auch in Unternehmen. Und tatsächlich auch dann der Zufall, dass ich selbst tatsächlich auch zu meiner Zeit im Studium Sportpsychologie, Leistungspsychologie studiert habe. Das war das, was mich angetrieben hat. Auch da wieder beim Thema Fuck Up, also zu scheitern, beziehungsweise beim Namen von meinem Podcast High Performance Society, auch immer wieder irgendwie Höchstleistung zu bringen. Und dann auch da diese psychologische Komponente, mentale Gesundheit, wie können wir die da einbauen? Wir erinnern uns kurz zurück, im Bachelor habe ich betriebliches Gesundheitsmanagement studiert, also auch da eine Sparte im HR-Wesen, die dafür verantwortlich ist, die Gesundheit der Mitarbeiter zu erhalten, aber auch deren Leistung zu optimieren. Und das sind jetzt, habe ich ganz viel erzählt, ganz viele verschiedene Brücken, Beispiele, warum ich quasi dort bin, wo ich selbst heute auch stehe, um Content für Unternehmen zu erstellen. Und gerade im HR, du weißt es selbst auch als systemische Beraterin, geht es nicht nur darum, nicht nur ums Thema Kommunikation, sondern auch generell, wenn ich beispielsweise jetzt irgendwie Mitarbeiter onboarding, wie onboarde ich die? Arbeite ich beispielsweise mit Video? Wie ist die Candidate Experience? Vom Bewerbungsprozess, der erste Kontakt mit dem Unternehmen, wie ist das Auftreten vom Unternehmen? Also das alles ist irgendwie miteinander verwoben und gehört am Ende des Tages zusammen. Aber die Frage ist für mich, also erstens finde ich gut, wenn man sich Gedanken darüber macht, was für Werte man als Unternehmen hat. Und da ist die erste Hürde, sind es meine Werte oder versuche ich aktuelle Anforderungen? Grenze aufzugreifen? Ja, genau. Das ist für mich so, du hast ein Unternehmen, das ist 40 Jahre auf dem Markt, da haben wir auch ein Generationsthema und auf einmal ist das, und das meine ich völlig wertfrei, wertungsfrei, es ist jung, dynamisch, wild, diverse, ach Gott, ich kann gar nicht alles, alles was man hören will, ja, ja, wenn es so gemeint ist. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, also ich arbeite selbst tatsächlich auch, oder heißt arbeite, aber ich höre auch sehr gerne immer in Gesprächen zu, wenn es um Startups geht, um Entrepreneure, die eine Idee haben, was gründen wollen. Da ist es oftmals so, dass man am Anfang noch gar nicht so diese Unternehmenswerte und die Vision, Mission hat, aber auch nicht haben muss. Ja. Aber irgendwann kommt natürlich der Zeitpunkt, sich zu fragen, okay, A, meine Persönlichkeit als Gründer, vielleicht aber auch das Unternehmen, was ich dort mache, stimmt es mit den Werten erstmal A, überein, also zwischen Persönlichkeit, Gründer, Mitarbeitern aber auch und dem Unternehmen an sich und vor allem dann der nächste Schritt natürlich, Schritt zwei ist dann, wie kommuniziere ich das Ganze nach außen. Ich habe letztens, ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, weil mir jetzt der Name nicht einfällt, ich wüsste auch gar nicht, ob ich ihn überhaupt nennen darf an der Stelle, aber ich hatte letztens ein anderes Gespräch mit jemandem, der gesagt hat zum Beispiel, und der hat das ganz klipp und klar von sich behauptet und sehr authentisch auch rübergebracht, er hat gesagt, ich als Gründer bin schon nachhaltig, aber unser Unternehmen, mein Unternehmen ist nicht nachhaltig. Und ich finde das aber auch super wichtig, sich hinstellen zu können und das behaupten zu können, nur weil es um Nachhaltigkeit geht und um Zukunftssicherheit und das im Prinzip mehr oder weniger, natürlich, wenn wir ehrlich sind, wir ja alle irgendwie hören wollen. Er aber einfach sagt, auch wenn er es wollte, geht es gar nicht. Ich kann jetzt kein kuriertes Beispiel nennen, warum das so war, aber und ich fand es aber total klasse zu sagen, okay, hey, mein Unternehmen ist nicht nachhaltig. Aber ich finde das, klar, du sagtest eben, wir wollen das im Grunde genommen hören. Zu Anfang habe ich das auch gerne gehört. Wenn eine Offenheit für jegliche Personengruppen, Altersgruppen, gerade wenn es um Rekrutierung und so weiter geht, wie viel Wert hat eine Geschichte von jemandem oder welche Leistung kann er noch erbringen, wie pauschal bewerte ich Leistungen von verschiedenen Personengruppen und natürlich habe ich mich am Anfang gefreut, wenn da steht, wild und wunderbar und weil ich habe mich angesprochen gefühlt. Es ist nur interessant, wenn es dann 90 Prozent des Marktes oder der Stellenausschreibung oder ähnliches aufgreift und dann stellt sich für mich die Frage, schaffe ich das jetzt noch herauszufinden, und ob das wirklich so ist. Und wenn jemand da sitzt und sagt, mein Unternehmen ist nicht nachhaltig, ist das für mich aktuell interessant. Und zwar, weil jemand authentisch mitteilt, dass das bei ihm so ist und zwar nicht dem Standard entspricht. Und somit würde ich schon wieder sagen, da habe ich eher Lust zu arbeiten und zwar nicht wegen der Nachhaltigkeit, sondern weil ich eher glaube, was derjenige sagt. Das ist schwierig. Ich glaube einfach, dass Kommunikation für die Zukunft super wichtig wird und auch der Generationswechsel. Und dass wir versuchen, mit den Generationen zu sprechen und die auch zu fragen, was die möchten, auch wenn ich die Sprache nicht so verstehe. Und ich zähle mich schon dazu, ich bin 45, wenn jetzt jemand zu mir kommt und 19 oder 20 ist, haben wir vielleicht verschiedene Gedankengänge. und ich bin da ehrlich gesagt, einerseits neide ich darauf, dass die sich heute schon so viele Gedanken über ihre mentale Gesundheit machen, andererseits auch ein bisschen besorgt, weil ich das Gefühl habe, dass sie, ich will jetzt nicht overthinkermäßig drangehen, aber diese Belastung, die sie jetzt schon mit 20 haben, von den Gedanken her, die hatte ich vor zwei Jahren, wo sozusagen meine Depri-Phase anfing, wo ich dachte so. Ja, und man fragt sich noch einfach, was wollt ihr eigentlich? Ihr seid erst 19 Jahre alt, oder? Nee, und genau, das passiert bei mir auch. Und dann denke ich mir, nee, das mache ich nicht, weil die haben genauso ihre Themen. Genau. Und es gibt auch einen Grund dafür, dass es vielleicht so ist. So sieht es aus. So sieht es aus. Die haben auch uns zugeschaut. Genau. Die haben auch unserem Werdergang zugeschaut und sich gedacht, I don't like. Genau, ja. Weißt du, was mich wirklich super verrückt macht bei Unternehmen und das macht mich teilweise sogar schon aggressiv. Jetzt bin ich interessiert. Auch da. Vergangenheit, meine Story, die ich hatte, in den Unternehmen, wo ich angestellt gewesen bin. Ich war super happy. Team, also wirklich, war super happy, das Team, Kultur, alles hat gepasst. Chef war sympathisch. Die Kommunikation, das war alles klasse. Aber wenn ich so zurückblicke mit dem Wissen, was ich jetzt heute habe bezüglich Unternehmenswerte, Mission, Vision, ich könnte keines dieser Visionen und Missionen wiedergeben. Ich würde meinen wollen, dass es die vielleicht gab, dass die vielleicht auch irgendwann mal in irgendeinem Workshop mit den Mitarbeitern aufgeschrieben worden sind, aber auch da sind wir wieder am Thema Kommunikation. Die werden verdammt nochmal nicht kommuniziert. Es ist doch total banal eigentlich, wenn ich in einem Team arbeite, wenn ich auf dem Fußballplatz stehe, elf Mann müssen wir sein. Wir sind beim Fußball. Und ich bin im Sturm. Dann weiß ich doch ganz genau, was meine Aufgabe ist und was das Ziel von meiner Mannschaft ist. Nicht unbedingt ein Tor zu schießen, ja, das zwar auch, aber wir wollen gewinnen. Aber auch da wieder, was ist unser mittelfristiges, langfristiges Ziel? Wir wollen vielleicht Meister werden. Und in einem Business-Kontext, in einem Unternehmen, ist es genau dasselbe. Thema Motivation, Leadership, Führung. Wenn ich doch nicht weiß, wo mein Unternehmen, und ich rede jetzt nur vom Unternehmen, nicht mal die Abteilung, weil das nochmal eine Stufe drüber ist, also in der Zielhierarchie, wenn ich gar nicht mal weiß, was das Ziel von dem Unternehmen überhaupt ist, wie soll ich denn da meine Arbeit richtig machen können? Wie soll ich denn da motiviert werden? Und das ist genau die Generation von heute. Das heißt, mit unserem Tun, mit unserer Arbeit, wollen wir einen Purpose verbinden. Es geht nicht darum, jetzt unbedingt 3, 4, 5, 6, 7.000 Euro zu verdienen, höher, schneller, weiter, mehr Geld. Sondern es geht wirklich darum, genau zu wissen, ja, welchen Effekt, welchen Outcome mein tägliches Tun, meine Arbeit bringt. Und das vermisst du? Oder hast du das vermisst? Denkst du, das hängt an der Größe des Unternehmens? Oder eher an der Führungsthematik? Ja, wie gesagt, also das ist ja so, dass du bei Startups, bei Gründern, du nicht unbedingt von Anfang an Unternehmenswerte hast, eine Vision, eine Mission. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo das schon auf jeden Fall irgendwo mal niedergeschrieben werden muss, wo man sich darüber Gedanken macht. Und dann geht es auch ganz klar darum, das auch zu kommunizieren. Und natürlich möglichst authentisch zu kommunizieren. Ja, wir hatten das Thema gerade von Nachhaltigkeit und von den Dingen, die man, die die Gesellschaft, sage ich mal, hören möchte. Aber es gibt natürlich auch vielleicht Unternehmen, und das Beispiel hatte ich ja schon vorhin auch angebracht, das ist vielleicht nicht unbedingt ein Unternehmen, was nachhaltig ist. Aber ist es dann ein Problem? Ist es dann schlecht automatisch? Würde ich meinen wollen? Nein, nicht unbedingt. Und es geht halt darum, auch wirklich authentisch die Werte, die man hat, die man vertritt, zu kommunizieren. Und ich erlebe es oftmals einfach mit meinen Kunden, auch wenn ich mit denen zusammenarbeite, dass oftmals gar nicht so ganz klar ist, was die Werte sind und was die Mission ist und was die Vision ist. Und wir hatten es ja gerade schon aus dem Sportbereich. Wenn ich keine Ziele habe, wenn ich nicht weiß, dass wir jetzt die deutsche Meisterschaft gewinnen wollen, wenn wir jetzt vielleicht, wo wollen wir am Ende der Saison, auf welchem Tabellenplatz wollen wir landen, wollen wir es schaffen, irgendwie, weiß ich nicht, in den oberen sieben, acht Rängen uns zu platzieren am Ende des Jahres, um uns dann vielleicht irgendwie ein Europa-Lead zu schaffen. Und genauso auch auf der Business, auf der Unternehmensseite. Wenn meine Mitarbeiter nicht wissen, was für ein Ziel wir eigentlich haben als Unternehmen, also welche Missionen wir verfolgen, welche Missionen wir haben, aber auch die jeweilige Abteilung vielleicht und diese Ziele nicht heruntergebrochen werden, auch vielleicht Monatsziele, Wochenziele, dann, ja, sind wir automatisch gar nicht in dem Sinne motiviert zu tun, also nicht das zu tun, was wir vielleicht tun sollten. Und auch, dann ist es auch oftmals vielleicht so, dass dann auch viele oftmals um Punkt 17 den Hammer fallen lassen und nicht nochmal die extra Meile zu gehen, weil die sagen, ah ja, die Präsentation braucht der Chef am Montag, aber vielleicht nicht so weit denken, dass wenn der Chef die Präsentation schon am Freitag hat, dass er vielleicht dann da am Wochenende sich schon vielleicht damit irgendwie befassen kann, sich darauf vorbereiten kann, also es sind manchmal diese kleinen Dinge. Ja, ich weiß nicht, was du meinst. Also du denkst halt auch, oder du fühlst auch, umso mehr Authentizität und umso mehr Klarheit, umso mehr Energie oder Leistung würde auch zurückkommen. Definitiv, definitiv. Und wir würden nicht hinterfragen, also wir würden generell auch vielleicht manchmal diese Ideen, Strategien, die dann auch oftmals in Meetings besprochen werden, die dann die Führungskräfte so eben an den Leuten mit, den Mitarbeitern mitgeben, nicht hinterfragen, weil wir das Long-Term-Goal selbst verstanden haben, verinnerlicht haben, weil wir es leben und dann kommen so Sachen dazu, wie die Unternehmenskultur und alles, was dazugehört. Aber es darf sich halt auch verändern. Muss es. Nein, aber ich meine auch der Beitrag oder sagen wir es mal so, das Goal des Unternehmens und die Werte dürfen sich auch wandeln, nur ich muss es kommunizieren. Genau. Weil wenn ich ein Unternehmen habe, was 40 Jahre besteht, da gibt es Wirtschaftskrisen, die zu Themen führen, wie ich handeln musste, in der Not oder auch nicht und daraus, aus diesen extremen Situationen, entstehen neue Werte. Definitiv. Und es ist nicht mehr ganz so ausgeglichen, vielleicht wie vorher, aber darüber einfach zu sprechen und so ein bisschen diesen Menschen dahinter zu sehen, hinter den Zahlen, Daten, Fakten, das ist so mein Thema. Und ich weiß, dass Zahlen, Daten, Fakten dazugehören, um ein Unternehmen zu führen. Ich bin aber davon überzeugt, dass sich um Mitarbeitende authentisch zu kümmern, wertschätzend zu kümmern, ist ein unternehmerischer Gedanke. Weil wenn der mentale Gesundheit vorhanden ist, weil ich auch weiß, wie die Geschichte des Einzelnen ist im begrenzten Rahmen, dann handelt er leistungsorientierter, weil er das einfach gerne und freiwillig tut, weil er ein Teil von der Beziehung ist. Definitiv. Weil es sind alles Beziehungen, die gepflegt werden müssen. Und ich glaube, dass wir leistungsorientiert sind, das ist so. Und das will ich gar nicht bewerten. Ja, ich bin mal so, mal so orientiert. Aber ich finde, es gehört dazu, weil wir so geprägt sind und da auch dann ran wollen. Wenn ich als Personalerin an das Thema Führung gehe, ist es aber auch immer ein Thema zu sagen, was ist denn mit denen, die durchschnittlich im Wertesystem des Unternehmens, oft sind das 70, 80 Prozent des Unternehmens, was ist mit denen? Führungspositionen arbeiten sehr gerne mit denen, die richtig geil laufen und mit denen, die in Anführungszeichen auffallen, mit Krankheitstagen, Leistungen nicht ganz so wild. Und darum kümmern wir uns die ganze Zeit. Und die Hauptgruppe, die mein Unternehmen am Leben hält, erhält relativ wenig Betreuung, sage ich jetzt mal. Und das ist etwas, was ich mir langfristig einfach gut vorstellen kann. Und ich würde mich einfach freuen, wenn da Führungskräfte offen für wären, weil die müssen halt schon was dafür tun. Du musst mit gutem Beispiel vorangehen. Ja, und für mich, also so seid ihr nicht böse, aber der Fisch fängt immer vom Kopf an zu stecken. Wenn ich mir jetzt jemanden dazu hole, der mein Unternehmen einfach ein bisschen auf Vordermann bringt und die einzelnen Teams beobachtet, Change Management macht und so weiter, dann lass uns doch mal mit mir anfangen als Führungskraft. Und guck nicht, dass meine Leute hier so funktionieren, dass ich abends denke, jetzt funktionieren die endlich. Ich ändere nichts. Ihr müsst bitte alles ändern. Das ist nicht so meins. Funktioniert auch nicht. Ja, ich rede mich schon wieder in Rage. Das ist halt auch wichtig. Wichtig, immer wieder drüber zu reden, ist auch wichtig. Und ich finde es dann toll, mit jemandem hier zu sitzen, der das auch so sieht. Obwohl wir Jahrhunderte voneinander entfernt sind im Sinne von Alter. Wie alt bist du? 31. 31. 91 geboren, Dezember. Du weißt nicht ganz genau, wie alt du bist. Nee, das interessiert mich auch nicht. Ja, hast du eigentlich auch recht. Also wirklich, ernsthaft. Ist ja auch so, ohne abzuschweifen. Stefan guckt schon. Stefan grinst schon. Wenn ich morgens aufstehe, dann weiß ich nur durch die Gebrechen meines Körpers, wie alt ich bin. Hier oben in meinem Kopf hat sich relativ wenig verändert. Weißt du was? Gerade das Alter, das ist doch, also wirklich jetzt, total irrelevant. Totaler Käse. Weißt du, wenn ich letztes Mal mein Alter wusste, also klar, wo ich 18 wurde, das glaube ich wissen wir alle, weil dann, hey, ich bin 18, ich kann Auto fahren, ich kann machen, was ich will. Das letzte Mal, wo ich wusste, Ich kann machen, was ich will. Das letzte Mal, das letzte Mal, wo ich wusste, wie alt ich bin, war, wo ich 29 war und auf Weltreise gehen wollte. Weil da war nämlich das Grenze, die Grenze, um in Australien arbeiten zu dürfen, du darfst maximal 30 Jahre alt sein für so ein Working Holiday Visum. Ach krass. Ja. Mittlerweile nicht mehr durch Corona haben sie es angehoben, weil Corona, sie brauchen Leute, genau. Aber das war ein Beispiel und ich meine auch da immer, wenn du irgendwie dich, weiß ich nicht, bewirbst oder dich mit befasst, dann ist es für mich relevant, aber ansonsten ist mir dein Alter doch. Ja, so sehe ich das auch. Wenn ich jetzt umreich bin oder so sehe ich das auch. Und deswegen werden wir jetzt zwei weitere Lieder spielen, die vielleicht tatsächlich auch das aufgreifen. Also jedenfalls ein Altersunterschied. Okay, dann hören wir uns in ungefähr sieben Minuten wieder, wenn es weiter geht, mit After the Fuck-up Nights bei Radio Hanau. Da sind wir wieder. Hi. Bist du ja noch da? Natürlich. Wo soll ich denn hin? Du hast ja die Tür zugeschlossen und den Schlüssel weggebrochen. Hättest du ja aus dem Fenster springen können. Ein bisschen hoch. Ein bisschen hoch. Ja, kommen wir mal zurück zu den Fuck-up Nights. Das ist ja ein Format, was bei mir alle drei Monate stattfindet. Viel zu selten. Ja, aber das ist dann organisatorisch. So ein kleines Ding, so mit Werbung machen und so, ist schon eine Herausforderung. Hätte ich auch so nicht gedacht. Aber ich mache es sehr gerne. Ich wollte dann, zwischendrin kam mir ja auch so, ich bin da ja so ein bisschen wie du, dann machen wir noch ein Sportspecial, ein Gastrospecial. Das wird auch alles kommen, aber ich schaffe es nicht monatlich. Nicht mit Werbung. Das kann ich vollkommen verstehen. Das funktioniert nicht. Also musste ich mir auch eingestehen, okay, zügel dich ein bisschen, mach es so. Die erste ist vorbei. Die war am 17.06. Und ich finde es sehr grandios, dass du bei der ersten dabei warst, weil es ist schon irgendwas Besonderes so. Ja. Keiner wusste genau, wie es am Schluss läuft. Keiner wusste, ob es den Leuten gefällt. Keiner wusste, ob wir es gut finden selber. Das weißt du aber nie, wenn du dich machst. Ja, genau. Und ohne jetzt irgendwie uns selbst zu loben, aber es war schon sehr geil. Ich fand es echt sehr cool. Ich hätte es auch nicht gedacht, dass es tatsächlich so, das Publikum so cool ist. Also du hast natürlich, wenn du so einen Speaker irgendwie eingeladen wirst und danach, du weißt gar nicht, du selbst wusstest ja auch nichts. Also wir wussten ja im Endeffekt alle nichts. Wir wussten alle nichts. Wir wussten nicht, was für ein Publikum, wie das drauf ist, wer dazukommt, wer vielleicht kurzfristig ausfällt, wer krank ist und welche Gäste, also welche Speaker dabei sein werden, welche Storys sie zu erzählen haben, wie die Speaker wiederum performen, auch wenn es nicht um Performance, sondern um Fuckups geht und so. Also fand ich es tatsächlich, das habe ich ja auch schon mehrfach gesagt, mit den Erwartungen, die ich hatte und das zumindest, was am Ende so als Resultat dann da quasi stattfand, war ich extrem und bin ich auch immer noch extrem geflasht. Ja, ist schon krön. Also besonders, wir konnten ja gar nicht einsehen, was denn dann auch vom Publikum für Fragen kommt. Ja, genau. Also es hätte ja auch richtig nach hinten losgehen können, also dass uns jemand auf dem Kieke hat. Allerdings, glaube ich, habe ich auch relativ schnell klar gemacht, dass die Wertschätzung, dass jeder Einzelne, und man muss ja sagen, ihr seid als Speaker ja nicht bezahlt worden von mir, sondern ihr seid einfach, in Anführungszeichen, einfach so gekommen, um eure Geschichte zu erzählen. Dana aus Köln, alles auf eigene Kosten, um auch irgendwie ein Zeichen zu setzen. Ich aus Steinheim. Du aus Steinheim. Ich glaube, du konntest, hättest laufen können. Ich glaube ja. Aber dein ganzes Equipment, das wäre dann ein bisschen... Ich wollte noch mal kurz erwähnen, dass ich aus Steinheim komme, weil ich glaube, es gibt einige, die vielleicht sogar auch zuhören aus Steinheim. Ja, also wir haben jetzt schon, du bist aus Büdingen, nach Frankfurt, dann eine Weltreise und jetzt in Steinheim gelandet. Ich bin mir sicher, es ist nicht die letzte Location. Ich glaube nicht, nee. Ja. Gut, ich bin ja nur aus Köln und dann nach Frankfurt und dann nach Hanau. Nee, vorher Bruchköbel. Oh Mann. Also ich kenne dieses, Büdingen ist zwar noch mal was anderes, wenn du Dorfleben sagst, aber Bruchköbel und Hanau sind nur vier Kilometer voneinander entfernt und es sind Welten. Das ist echt krass. Zurück zur Fuck-up-Night. Wir haben, das Format sagt ja, die Speaker sprechen, danach gibt's Fragen, Antworten. Ich sag mal so, anderthalb, zwei Stunden gehen dabei rum und dann sind wir ja doch noch eine Stunde alle zusammen. Networking nennen wir das. Ich hatte sofort das Gefühl, dass wir diese Netzwerkarbeit, die man sonst so kennt, von hey, wer bist du, was hast du, was machst du, einen ganz anderen Start hatte bei dieser Nacht, weil das Thema irgendwie ein anderes war. Wie war das für dich? Bei mir war das so, dass tatsächlich jemand, wie dann die Veranstaltung soweit zu dem Ende zuging, direkt auf mich zugekommen ist und mich direkt mit meiner Fuck-up-Story konfrontiert hatte. Und es war... Gleich danach, das hab ich gar nicht mitbekommen. Doch, tatsächlich gleich danach. Ja, sind irgendwie alle rausgeströmt und dann gab's auch noch einen Mann, der dann wirklich zu mir gekommen ist, vorne, wie wir dann vorne noch standen als Speaker. Ein Mann, weiß ich nicht, 50, vielleicht um die 50 Jahre alt, vielleicht 60, hätte ich niemals gedacht, der dann aber auch zu mir meinte, von wegen, du, Jung, dasselbe hab ich auch durchgemacht. Und ich hätte das nie gedacht. So, weißt du? Und es war auch schon so, wenn du natürlich dann irgendwie als Speaker dann so eine Story erzählst und dann Leute dann quasi dich auch schon sehr intensiv kennenlernen, auch wenn es nur 10 Minuten sind. Aber ich glaub, du weißt, was ich meine. Es ist ja auch schon gewissermaßen emotional, wenn du deinen Fuck up teilst und hat dich ja auch so gewissermaßen dein Leben so ein bisschen geprägt, wer du bist und was du machst und so. Die Leute lernen dich schon ziemlich, in der kurzen Zeit, ziemlich gut, auch in der tieferen Art und Weise kennen. Und du hast vollkommen recht damit, dass es jetzt nicht darum geht, von wegen nach dem Motto, hey, wer bist du, was machst du, sondern man hat natürlich schon klar erstmal einen Anhaltspunkt, einen Door-Opener, sag ich mal, mit dem du mit Leuten ins Gespräch kommst. Das war ja genau bei den Speakern ja auch vor der Veranstaltung, so hab ich ja auch schon erzählt. Na, Dana, was ist denn so dein Fuck up? Und ich glaub, dass das auch einfach halt, wie soll ich sagen, du hast ja, wenn du Leute oder Menschen im Leben kennenlernst, Vorurteile, auch wenn du sie nicht haben willst. Ja, ja, dazu. Du kannst es nicht abschalten. Ja, das ist einfach so. Und bei der Fuck up-Story ist es halt tatsächlich nicht so, also das heißt nicht so, aber du hast dann halt natürlich schon, du machst dich ja im Endeffekt auch angreifbar in dem Moment, weil du erzählst von deinen Misserfolgen. Und das ist eine ganz andere Situation, als wenn du dich ja quasi da vorne hinstellst und sagst, hey, schau mal hier, ich hab das gemacht und ich hab diese Noten und hab dann das und das erreicht. Du machst dich ja angreifbar in dem Moment und die Leute, die auf dich zukommen, und das war auch, ja, du hattest es schon angesprochen, auch so ein bisschen so eine Angst, natürlich, wie reagiert das Publikum? Ist deine Story zu langweilig? Das Schlimmste, Worst Case, was hätte passieren können, du präsentierst da vorne, du präsentierst vielleicht sogar auch ohne zu stottern und ohne zu lispeln und auch in einem normalen Sprechtempo, aber es fangen einfach an, Leute aufzustehen und rauszugeben. Ja. Und es war in dem Fall nicht so. Aber das ist natürlich auch so was, wie das Publikum lebt und die ganze Situation, diese Stimmung, die auch da vor Ort war, war schon sehr cool. Ich fand es auch sehr schön, dass es so unterschiedliche Leute da waren. Also ich hatte Kontakt mit Leuten, die Gründer von großen Unternehmen hier in Hanau sind, dann war da von der Stadt Hanau selber Leute da, dann waren Punks aus Berlin da, die spontan vorbeikamen und gar nicht wussten. Ah, mit denen habe ich sogar noch ganz lange gequatscht. Das ist sehr geil gewesen. Ja, stimmt. Ich bin mit denen sogar heute noch auf Instagram vernetzt. Ja, also... Die haben... Das ist echt mega cool, weil wir haben ja irgendwie draußen gestanden und ich bin ja auch jetzt nicht jemand, der auf die Schnauze gefallen ist. Also ich kann auch nicht auf Leute zuzugehen, um die einfach anzulabern. Aber es war ein bisschen anders an dem Abend tatsächlich, glaube ich, aufgrund dessen, dass ich mich so ein bisschen angreifbar gemacht habe. Und dann denkt man ja so, okay, was denken die Leute von dir jetzt? Und dann schießt du da vor und dann erzählst du deine Geschichte und so. Und jedenfalls stand ich dann irgendwie neben denen. Wir kamen so ein bisschen ins Gespräch und ich hatte, ohne das zu wissen, geahnt, dass es zwei Berliner Schnauzen sind. Und wir waren uns einfach so sympathisch, abgesehen davon, dass wir uns auch vom Äußerlichen her, von der Kleidung her, vom Kleidungsstil und auch, wie wir uns gegeben haben, sehr ähnlich waren, war das für mich total beeindruckend, dass wirklich jemand aus Berlin quasi da war. Ich meine, es war eine spontane Sache bei denen und ich glaube, wir haben am Anfang gedacht, alles klar, gehen wir mal hin, chillen wir mal ein bisschen unsere Basis. Und dann kamen die zu mir und sagten so, Alter, das hat uns sowas von geflecht. Wir haben nicht damit gerechnet und es hat uns total umgehauen und das ist der so Moment, ich komme ja nicht ganz so gut mit Lob zurecht. Das habe ich schon bemerkt. Und dann standen die, also ich habe ja dann auch, statt ordentlich dazustehen und mir von allen so das abzuholen, dieses geil, 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 habe ich angefangen wegzuräumen. Du wolltest flüchten. Ich war so, oh nein, ey, jetzt am besten, weil das ist eigentlich der Part gewesen, um mal ganz, 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 ganz früh anzufangen, habe ich gedacht, ich habe keinen Bock auf typische Akquise, weil als HR-Beraterin irgendwo anzurufen oder eine Nachricht zu schicken und zu sagen, ich kann das, das, das. Brauchst du das, das, das? Dann lass uns zusammenkommen. Für das, das Geld. Ist überhaupt nicht mein Ding. Also habe ich gedacht, geil, wir machen die Fuck-up-Nights, das Wort gefällt mir schon mal richtig gut und dann machst du da Akquise und dann lernst du die richtigen Leute kennen und, 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 und dann, dass die Leute dann auch auf einmal kommen und dass sie das toll finden und dann der Part, dass ich mit denen ins Gespräch komme und sage, lade mich in dein Unternehmen ein, lass uns was zusammen ändern, da muss ich noch dran trainieren. Aber manchmal ist es auch ganz wichtig, nicht mit solchen Erwartungen da reinzugehen. Weil genau, bei mir war das nämlich genauso. Ich, also ich hatte wirklich absolut keine Erwartungen an diesen Abend. Ich bin da rein und ich kann jetzt noch von der Story erzählen, wofür ich, und du kannst wahrscheinlich schon denken, wofür ich mega dankbar bin, saß nämlich da eine Frau bei, die Sandra. Die Frau Weih. Genau. Und die Sandra habe ich dann an dem Abend, leider Gottes, tatsächlich nicht kennenlernen dürfen, aber sie hat natürlich, weil sie im Publikum war, dann mich kennengelernt, mehr oder weniger. Und long story short, sie ist hier aus Hanna von den Pioneer Makers und wir haben tatsächlich dort unsere Location gefunden, um unseren Podcast realisieren zu können. Und das war ja auch so eine Sache und ich habe nie im Leben damit gerechnet, dass, weißt du, was ich meine? Und das hatte ich vorhin aber auch schon gesagt und das ist so ein bisschen meine Meinung, nochmal, einfach machen und neue Sachen ausprobieren und manchmal auch einfach ohne Erwartung irgendwo reinzugehen und keine, möglichst versuchen zumindest keine Vorurteile zu haben, einfach mitzumachen, Ja zu sagen. Manchmal ist auch Nein gut, aber in solchen Sachen einfach auch zu sagen Ja. Ich probiere das mal aus, ich gehe da hin und ich habe auch, jetzt schweife ich wieder komplett ab, aber ich habe mal ein Buch gelesen, nur ein kurzes Beispiel, ein Buch gelesen, wenn du mal beispielsweise auf deinem Heimweg einfach eine Straße später abbiegst und einen anderen Weg nach Hause gehst, du weißt nie, was passieren kann. Wer da vielleicht auch gerade zufällig dir entgegenläuft, welches Restaurant du siehst, um nicht immer ins selbe Restaurant zu gehen, einfach wirklich mal neue Sachen auszuprobieren. Ja, bin völlig bei dir. Pioneer Makers ist ja ein gutes Thema, ich habe ja auch genauso, wie ich dich über LinkedIn kennengelernt habe, die Sandra kennengelernt und Sympathie spielt einfach immer beim Kennenlernen eine Rolle und das ist bei ihr nicht sehr schwer. Das ist eine sehr sympathische Dame und da bleibe ich dabei und auch sehr menschlich und auch sehr offen, also so ein bisschen der Spiegel dann in dem Moment. und Pioneer Makers supportet mich auch und das heißt, wir sind mit den nächsten Fuck-Up-Nights bei den Pioneer Makers, so wie du, mit einem Podcast, wie heißt der nochmal? The High Performance Society. Das war jetzt der Werbe-Blog? Ein Jingle einspielen. Was, ein Jingle? Nein. Ja, toll. Nein. Also. Habe ich nicht. Aber wie wäre es mit allem? Ja, habe ich auch schon überlegt, tatsächlich, aber auch das ist wieder mit Aufwand und Geld verbunden und ich bin auch so jemand, so ein bisschen wie du, einfach machen und auch das ist so eine Sache jetzt wie mit Jingle und mit Intro und Outro und hier auch mit dem Radio, Broadcaster Pro, mit Sachen, die du arbeitest, du wirst besser im Tun und ich bin freut davon, einfach zu machen, anzufangen und ich bin ein Perfektionist, das ist auch ein Problem, aber manchmal auch einfach gut anzufangen und dann besser zu werden und dann irgendwann das Ganze zu perfektionieren, als, weiß ich nicht, drei Jahre lang drauf rumzudenken und irgendwie nie anzufangen. Wir werden in drei Jahren am besten diese Sendung hier nochmal hören und ich werde dann denken, ach du Scheiße. Ja, genau, aber genau so ist es bei mir auch mit meinen YouTube-Videos und mit meinem Podcast, wenn ich die erste Folge anschaue, da denke ich mir auch so, oh Gott, wie steif ich da war, was für verkrampfte Fragen ich gestellt habe. Mittlerweile sitze ich da jetzt in der vierten, fünften, sechsten Folge und es wird besser und wir hatten auch jetzt schon letztens bei der Aufnahme wieder einen super Fuck-up gehabt. Es wird niemandem auffallen, weil wir es in der Post-Production hinbekommen und das vergehen können, aber es tauchen Fehler auf und die wird es immer geben. War das das mit Mikro? Hattet ihr nicht mal was, wo nur ein Mikro aufgezeichnet hat? Nee, tatsächlich nicht. Es war mit der Kamera. Also ein Videopodcast und dann war die eine Kamera, hat sich dann verstellt, weil wir dann zwei Gäste hatten, dann mussten wir umbauen und learning by doing. Ja. Jetzt sind die nächsten Fuck-up-Nights am 9.9. Diese Sendung wird hier kurz vorher stattfinden, also am Samstag seid ihr dabei, hoffentlich alle und du auch. Natürlich, definitiv. Natürlich. Gäste werden sein. Das ist ein Heimspiel für mich. Das stimmt. Bei den Pioneer-Makers. Stimmt, ja. Ich habe das Gefühl, jeden zweiten Tag. Ja, du fährst da ja automatisch schon hin, Autopilot. Meine Gäste werden sein, Heike Berufgaard, Danni Grund, Basti Red und Lutz Hanus, äh, Hanus, oh Gott, Lutz Hanus. Doch, doch, schon richtig. Aus Hanau. Und, ähm, kennst du Basti Red? Kennst du Heike Berufgaard? Nee, auch nicht. Das sind schon, also Frankfurt. Aber deswegen komme ich ja auch. Gestern waren die übrigens auch hier, die hatten ihren Sport- oder Fußball-Podcast im Amphitheater. Live. Ach ja. Ja. Wie ist denn ein Podcast? Da muss ich mit denen ja mal quatschen. Die standen dann auch ziemlich im Wasser, weil es ja dann krass geregnet hat. Frag mich nicht. Ich, wie gesagt, hatte gestern Abend auch bei uns schon die Wohnung auch komplett unter Wasser. Ehrlich? Ja, ja, bis in den Keller runter, keine Ahnung. Hattest du die Balkontöhe auf? Nee, tatsächlich nicht, aber wir hatten die Fenster irgendwie gekippt und lagen auf der Kaut, haben angefangen zu regnen, haben uns nichts gedacht. Long story short. Und dann meinte Fabienne, geh doch mal ins Bad gucken und dann bin ich da rein und dann, ja. Scheiße. Um das mal ganz klar zu sagen. Fuck off. Ja. Ähm, wie fühlt sich das für dich an? Fühlt sich für dich die Sendung komplett an? Ich mache jetzt dieses, wir machen jetzt, genau, wir machen jetzt einfach dieses, wie geht's dir damit? Wie fühlst du dich damit? Machen wir offiziell für alle, die da draußen zuhören. finde ich super. Also, du hast natürlich auch, wie wäre ich beim Podcast, immer so die Frage, okay, wie schaffst du jetzt diese Folge zu Ende zu bringen und hast du alles gesagt und gibt's noch was? Es wird immer noch etwas geben, was man sagen kann, aber es ist dann noch irgendwann wichtig, auf den Punkt zu kommen. Du trainierst das, gell? Ja. Nee, finde ich gut. Das heißt, ich könnte dich vielleicht einfach nächstes Jahr nochmal einladen. Du, da wäre ich dir tatsächlich böse, wenn du das machen würdest, weil ich würde es sogar gerne dieses Jahr noch machen. Ja, bis nächstes Jahr ist noch so lange hin. Ja, aber einfach mal so, man braucht auch Zeit, um wieder was zu erzählen. Ja, ganz genau. Aber wer weiß, ob ich nächstes Jahr noch hier bin. Ja und? Können wir das dann nicht einfach digital machen? Doch, das geht auch schon. Ja, also, heutzutage geht alles. Also, ich und Technik, du siehst ja, das läuft. Ja, das stimmt. Wobei, mitten auf dem Ozean, glaube ich, habe ich keine Verbindung. Das wird auch schon schwierig. Vielleicht bist du da schon in New York. Kann auch sein. Mal schauen. Wer weiß. Wir werden das auf jeden Fall mitbekommen. Ich danke dir für jegliches Zutun und für auch auf den Punkt kommen und nicht auf den Punkt kommen, weil ich mache das ganz genauso. Ich weiß, wir werden weiter in Kontakt bleiben. Auf jeden Fall. Und ihr werdet uns bestimmt auf irgendeine Art und Weise wieder zusammen irgendwo sehen. Ich bin mir ganz, ganz sicher. Oder hören. und jetzt werden wir die letzten zwei Lieder abspielen und werden uns aber vorher schon verabschieden und dann sozusagen in den Feierabend, Feiertag ist es auf jeden Fall sehr heiß draußen. Das Lied passt sogar tatsächlich, glaube ich, vom Titel her. Also eigentlich wollen wir bei diesen ganzen Liedern nicht so sicher, aber ihr könnt ja wieder mal überlegen, das sind die letzten zwei Lieder, welches Lied von wem ausgesucht wurde. Wir danken euch. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat mir echt mega viel Spaß gemacht und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Vielen Dank an Lars Wagner. Hier ist die Sonja Schütz bei Radio Hanau bei After the Fuck Up Nights. Oh, und wenn dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine Bewertung, da das hilft nämlich uns ungemein bei den Rankings der Podcasts. Ansonsten sehen wir uns wieder nächste Woche, wenn es heißt, ein Gast bei mir im Podcast-Studio. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.